Hallo, ich bin Eldin Moharemovic und ich arbeite bei der Firma DER MAN als Ware und ich erzähle dir ein bisschen über mich und meine Arbeit. Mein Job ist es bei der Firma DER MAN, die Ware ausliefern, schauen, dass die Filialen die Ware rechtzeitig kreieren. Das ist mir eigentlich eine große Freude, dass ich bei der Firma DER MAN arbeiten darf, weil die Produkte einfach Qualität haben. Ich finde es einfach, die schmecken alle wirklich und ich esse alle gerne. Die wichtigste Aufgabe ist bei dem Job, dass die Ware wirklich in Ordnung zu den Filialen hinkommt. Es gibt Vorteile bei der Firma MAN, dass wir ein eigenes Fitnesszentrum haben und wir können jederzeit vor der Arbeit, nach der Arbeit können wir trainieren. Besonders hart bei meinem Job, für diejenigen wird das früh aufstehen sein. Für mich ist das kein Problem. Ich fange zwar früh an, aber habe den ganzen Tag vor mir mit der Familie zu verbringen. Bei meinem Job macht mir einfach alles Spaß, weil man ist eigener Chef in seinem Auto. Die drei wichtigsten Eigenschaften für einen Fahrer bei der Firma MAN zu haben ist es, dass man freundlich sein muss, kommunikativ und flexibel. Bei der Firma DER MAN habe ich meinen Traumjob gefunden und ich würde mich freuen, auch dich in unserem Team begrüßen zu dürfen. Denn ohne gute Mannschaft schafft selbst DER MAN nichts Gutes. Jungs 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 Jungs